So, jetzt sind wir hier in Afrika, wo ich den Land Scooter hier umbaue. Morning! Jumbo! Gehen wir jetzt zum Arbeitsplatz. Der ist ziemlich laut. Die werden gleichzeitig an 150 Autos rumgeschraubt. Die werden verlängert, höher gelegt oder umgebaut. Mit Dächern hier. Für die Safari. Gehen wir mal zu meinem Arbeitsplatz. Voller Dreck. Nebendran, wenn Autos lackiert. Jumbo! 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 Hier bauen wir die Elektroautos auf uns. Morgen! Morgen! Jumbo! Morgen! 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 Der ist der beste Mann hier in der Stadt. Hi! Indien. Ja! Morgen! Ja! 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 Das ist gut. Hier arbeite ich gerade dran. Hier sind zwei Kontrollerkisten. Dann werden die zwei Autos elektrischen. Dann werden die zwei Autos elektrischen. Die Ladedose haben wir auch schon drin. Ja, das ist laut hier. Hier sind die Batterieboxen. Wir werden hier Lithium-Eisenphosphatbatterien einbauen. 86 Kilowattstunden. Weil die Fahrzeuge müssen richtig weit kommen. Wir werden jetzt hier 300 Kilometer anpeilen. Okay. Da wird jetzt gerade die Halterung geschweißt. Für die Bremspumpe. Hier ist die Halterung für die Ladegeräte. Hier ist alles noch leer. Okay. Neue Filme folgen.